So, neuer Tag, neue Aufgabe, wie immer. Durchsuche, Truben bei Shifty Chefs oder Hunted Tills müssen wir machen. So, das Ganze mache ich aber in großen Keile. So, wie ihr seht, wir haben die 100 Abonnenten geschafft. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dazu kommt noch unten, ist jetzt die 10. Zahl da. Ihr wisst ja, die 11. Zahl werde ich im Laufe des Videos sagen. Einfach zwischendrin. Also, das ganze Video gucken lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dem Code immer näher kommen willst. Für die, die nicht wissen, was es mit dem Code auf sich hat, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video von mir, wer ich bin und noch genau erklärt, wie das mit dem Code abläuft und was du da machen kannst, um den Code zu knacken und wie, was, wo. So, das dazu. Und inzwischen muss ich das immer ein bisschen länger erklären. Dadurch bin ich im Ladebild schon nie drin. Aber ihr wisst ja, hier die Wartezeit ist gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, hast du jetzt die Chance dazu. So, jetzt aber wie folgt zu den Aufgaben. Wir müssen landen. Entweder hier oder da. Ja, die Flughute ist gerade eigentlich für Shiftier am besten. Die werden, denke ich mal, alle zur Hand darüber gehen. Aber wir gehen halt zur Shifte drüber. Da sieben Kisten öffnen, kann auch über mehrere Runden verteilt sein. Also, ganz entspannt im Prinzip. Gibt es eigentlich überhaupt nichts großartiges zu zu sagen. So, gerade mal ein Screenshot davon gemacht. Damit ich euch gleich auf der Map dann, ach, im Summler dann genau die Map zeigen kann. So, gehen wir mal runter. Und, ohne Quatsch, ich kann halt nur nochmal Danke sagen, was die 100 Abonnenten betrifft. Das ist echt... Also, ich hätte es nicht gedacht. Meine Frau ist ja selbst Sims am Machen auf YouTube. Und die hat auch gesagt, ja, du spielst ja Fortnite. Ja, das ist viel einfacher. Aber ich habe mir das eigentlich schwerer vorgestellt, weil einfach jeder Fortnite macht. Deshalb schätze ich das noch mehr, dass ich schon so viele Abonnenten habe. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier nicht so viele Kistengeier sind. Hallo, ja, ja, ja. Gefühlt die halbe Map hier. So, da ist scheinbar noch keiner. Das ist gut, da haben wir schon mal zwei Kisten safe. Ich würde jetzt einfach mal... Wir sind ja echt Gegner gelandet. Ah, hier unten ist noch einer. Wir haben ja schon mal drei. Läuft das Ganze ja eigentlich recht gut. Jetzt weiß ich nicht, ob das Haus, die Häuser an sich, mit zu Shifty zählen. Ja, das angehört wie ein Gegner. Ich wusste doch, da war einer. So, da ist schon der nächste. Ah, toll. Wieso hätte ich denn hier nichts? Nee, die zählen nicht. Also, eine Pump wäre nicht schlecht. Warte mal. Ach, statt, das wäre die anderen, aber. Ach so. Halt, stopp. Wie gesagt, im Haus zählt es eh nicht. Ach, der hat selber das Schutzschild aktiviert. Dadurch kam das. Jetzt muss ich doch nochmal hochgehen. So, haben wir jetzt drei von sieben. Na ja, immerhin. So, hier liegen. Na ja, langsam kann ich mich echt noch mit der Pump anfangen. So, gucken, ob die wirklich alles da gelootet haben. Ach so, ich wollte ja nach oben ein bisschen Leben holen. Oh, der hat ja einfach nicht so rausgehoben. Dun dun dun, warten wir ja noch leben. Was haben wir da auch los? Was für die nächsten liegt, oder was? Was ist das, dass die alle hier hinkommen? Ich glaube, hier ist noch einer. Hier in dem LKW, nee. Ähm, ba-bam, dann haben wir eine Kiste. Nee, hier nicht. Ja, die hat er auch. Ach, wir sind sogar in der Zone, deshalb. Ich weiß, dass hier ein Gegner ist. Oder ist er das? Mensch, er down mit seinem Scheiß-Lach. Na, jetzt fängt's an. Gut, den hat er weggeholt. Roboter ist immer noch rund. Ah, wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen. Sieben Kisten müsst ihr sammeln. Einmal ein Shifty, würde ich sagen. Und dann fliegt ihr noch ein 800-Hills, dann müsst ihr es eigentlich schon fast haben. Keine Ahnung, was er noch vorhat. Jetzt brauchst du wieder Blue-Life. Boah, kann der sich mal verpissen mit dem Scheiß-Teil, ey. Vor allem, das Ding macht einfach nur Krach. Mehr macht es nicht. Ah, krieg ich noch den Kill geklaut. Nein. Natürlich. Ah, der ist gerne, sieht so geil aus. Dann, hinter mir ist noch einer, ich höre ihn schon. So. Ich werde alt, ich sehe nichts. Ich habe ihn schon weggeholt. Uso. Ganz faul, jetzt ist euer Glück, ey. Jetzt geht es los. No, tschüss. Es ist halt nur blöd, dass man kein Leben mehr kriegt. Es ist auch keiner, der auf den Berg rumschimmelt. Sehen alle! Ach, save alle auf der Insel. Die habe ich ja ganz vergessen. Outsch! Jetzt kommt der da oben. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So kommt man gar nicht mehr da hoch, oder? Boah, der mit seinem Scheiß-Kropperte, ey. Das ist einfach so laut, das Scheiß-Ding. Als ob er da oben irgendwas wegholt. Scheiß-Ding. Schölder ein. Irgendeiner hat doch hier gebaut. Kleiner doof. Seid ja ruhig jetzt. Gleich habe ich mich selber abgeschüttet. Das ist einfach nicht so weit weg. Oh, okay. So an sich läuft es ja gut. Ich muss keine Metz mehr ab. Puh, kann der denn hier? Keine Ahnung von wo er geschossen hat. Ach Gott, der bin hier am Arsch der Welt, ey. Fähne oder was schießt er. Ob ich den Gegner sehen würde. Ich sehe keinen. Ich merke nur irgendwelche Schüsse an mir auf der Beisegel. Das hat er nicht schlecht gemacht. Mal gucken, wann die Aufgabe kommt. Machen im Schrottschaden. Ah, das ist also die Insel. Ah ja. Ich habe keine Fallen platziert. Wahrscheinlich schon fast. Da ist gar kein Gegner Hallo, Lex Wo ist er denn? Drei Hits, aber nur Baby-Hits Man kennt ihn Man, warum baut ich denn immer hier den Scheißweg selber zu? Hier kommt einer Oh, warum legt das denn immer so? Bald ich zum Gegner komme Legt die Scheiße hier Sorry für den Ausdruck, aber sowas regt einen auf Wo ist er? Das war ja wohl ein Witz, ey Aus 1,50 m treffe ich den Angegenschnitt Ach, das hier war es auch grad wieder komplett Legt das bei euch eigentlich auch so oder? Weil ich raste hier bald aus mit diesen Lecks Weil sobald ich Gegner in der Nähe habe, war es das Okay, wir werden mal wieder in der Nähe Okay, jetzt geht es Ja, der wollte eben schon schlau sein. Der nächste, der schlau sein wollte? Sind zwei noch über mir? Weiß ich nicht. Der nächste, der schlau sein wollte? Ja! Mann, 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 ey. Ja, ich habe keine Mets zu, Dully. Stehen, hol, da habe ich mich kaputt. Schmeckt. So, Sieg ist, denke ich mal, eh sicher. Also, wie gesagt, ich zeige es euch nochmal gerade. Entweder ein Schiff, die landen, oder ein Huntilt. Und da halt Kisten aufmachen. Müsste halt in ein, zwei Runden, müsste safe, machbar sein. So, und der Code ist der nächste. Nummer... Die Nummer vier, also Code vier. So, wie viele EPI gab das jetzt? Ich komme nicht schon, ja, ich komme schon fast in den Tausender-Bereich. Aber war nicht schlecht hier ohne und so. Gut, die Zielgenauigkeit, aber ich habe auch viel versucht aus der Nähe. Aus der Ferne, äh, aus der Ferne, äh, 16 Kills, auf ganz entspannt. So, da würde ich sagen, wenn ich hier helfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Von mir aus schreibe auch gerne was in die Kommentare. Können wir uns ein bisschen unterhalten, oder keine Ahnung. In dem Sinne, haut rein. In dem Sinne, haut rein.